Hallo, Tidos Modeblog hier, wieder aus der Dortmunder Endstadt. Heute möchte ich euch wieder ein Auto präsentieren, was besonders gerne Dortmunder abfahren und sich gern zurecht machen, sozusagen das Turtle-Auto. Made in Japan, also Made in Japan ist auch sehr angesagt. Ja, das ist das Hero-Turtle, die Super-Turtles, kennt man ja noch vielleicht den Comic von früher. Genau hier, verdunkelte Scheiben sind auch sehr angesagt und Spoiler ein mächtiger. Auch gerne mal so Smileys. Ja, das sind so Autos, die gerne die Dortmunder fahren. Der nächste Modeblog kommt auch demnächst wieder. Dann geht es wieder Richtung Fashion, Modung, Kleidung. Das war aber jetzt wieder mal ein Auto, was wirklich beliebt ist in der Dortmunder Endstadt. Ja, danke, schaltet bald wieder ein. Ich melde mich dann wieder. Das war Tidos Modeblog. Bis dann, tschüss. Tschüssi, sag tschüss. Ciao.